ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt ist plötzlich die offene Tür Okay, den kann ich raus Kann ich in die Nachbarwohnung rein It's close in here, wow Hier aus wie ich anstrengend die, ähm, die Optik Wenn das nicht so rechts und links wobbeln würde Und wenn das Field of You nicht so heftig wäre Wird das richtig gut aussehen Things have been weird in town lately I feel like I'm in danger here I have to finish the renovations And move out soon Oh god, no Es ist unfassbar, Onkel, das Spiel Kannst aber auch nicht lauter, äh, lauter drehen, ja Kann die Helligkeit nicht lauter drehen Wow Da ist ein Bild an der Wand, das ich nicht sehe Ich weiß nicht, ob ich, ich kann mich nicht ducken und sowas Und ich kann mich glaube ich nicht verstecken Ich glaube das ist Relativ narrativ alles hier Äh, was will ich gerade sagen Also ja, ich kann es nicht heller machen, weil die Optionen geben nicht viel her Oh, hier geht es rein Nur, dass ich einen Schlüssel finde, da ist ein Schlüssel Wait, hängt er Hängt er Hängt er Hängt er Klamotten oder hängt da ein Kerl? Kann es nicht erkennen Weiß ich glaube es wären Klamotten, aber ich glaube das ist ein Kerl tatsächlich Was ist das? Taschenlampe Oh Da ist eine von den Gigataschenlampen Jetzt wird ein Schuh draus aus dem Spiel Holy Shit Oh Gott das Willen Ich steuere irgendwie, das ist noch schlimmer Jetzt, ich steuere, ich steuere nicht mehr die Kamera, ich steuere den, den, den Äh, die, äh, die Taschenlampe Uh Jetzt steuert es sich wirklich seltsam Holy Shit Okay, es war nur ein, es war nur ein Dingens Es waren nur Klamotten Jesus Christ Wundt auch jemand? What the fuck? Das war unnötig Was mit D? Hä? Achso Aber ich weiß nicht, wie weiter Ich muss noch andere Bilder finden Um die anderen Buchstaben zu finden Okay, auf geht's Okay, auf geht's Das heißt, im Gang war ein Bild Da war noch ein Bild Ah, vorerletztes Ding Jesus Christ Ist okay Wenn ich nochmal hier bin Okay, ich gucke, ob hier noch ein Bild ist Ich glaube, hier war keins Ne Doch, da ist noch ein Bild Kann ich aber nicht nehmen, das Bild Doch hier E Zweite E Vierte A Da, okay Ich komme gleich Vorher ich sage, jetzt muss ich das eintragen Zweite E Okay, wenn ich das eintragen Darin Nee Y unten Okay Und in der Mitte Klo wird wohl kaum ein Bild hängen, oder? Nee Doch da unten, C Hehehe Ach, die K Super Hallo Kann ich nicht bewegen Hallo? Wait Die Kamera hängt fest Oh, ich kann doch rumlaufen Wait, das ist weird Ich lauf grad durch, seht ihr das? No Nicht die Tür zu machen Das ist doch scheiße Warum ist die Kamera? Gehört das so? Ich glaube nicht Aber es ist nur nicht Ich kann sich aufnehmen Ich würde gerne Speicher-Eisen aufnehmen Ich kann nicht Mach ich jetzt Hat das Spiel einen Speicherpunkt? Ich hoffe Ist doch stumm Ist doch stumm Hahahaha Nun Ähm Es sieht schlecht aus Wenn es wieder passiert, wenn ich es nochmal mache, dann habe ich nochmal ein Problem Ich weiß auch nicht, ob es speichert Wenn ich jetzt auf Exit drücke Es gibt einen Continue Knopf, also denke ich mal, dass es irgendwo speichert Hier gespeichert? Ohne Witz? Chapterweise wahrscheinlich Ist doch nicht Hm Nicht so schlimm Ich weiß ja, dass es DK heißt Heißt, ich muss die Dinger nicht suchen gehen Ich würde aber auch, dass es eventuell Ich kann plötzlich rennen Ähm Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich es nochmal mache, ob ich dann Ähm Die Kamera nicht wieder hängen bleibt Wenn sie wieder hängen bleibt Haben wir vielleicht ein Problem Dann haben wir vielleicht ein Problem Ich weiß nicht, ob man das nicht, ob man das triggern muss Oh Doch nicht Oh Warte mal, ich geh mal Ne, ich mach das mal gleich Ah, das ist nochmal Okay, jetzt können wir die Dings, die Balken vom Eingang weg machen. Ja, ich geh mal kurz nach rein, damit's getriggert ist. Blablabla, alles klar. Die Wäsche ist weg. Wäsche hängt jetzt da drin. Okay, immerhin hab ich's jetzt geschafft noch, ähm, Anführungszeichen draußen. Darf ich hier einfach in eine andere Wohnung rein? Nee. Oh boy. Rohr klingt halt echt nicht geil. Man. Das ist schon gut, das sieht gut aus. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Das ist ein langer Weg. Holy shit man. Dude. Mit der Steuerung. Ist das nicht einfach? There's no... Was steht da unten drunter? Way out oder was was? Gott, 5 9 13. Wow. 5 9 13. 5 9 13. 5 9 13. 5 9 13. 5 9 13. ist noch wichtig. So keine, ähm... Arschlanbar mehr. Plötzlich will ich out of town. Weiß nicht, ob ich da lang soll. Oder drüben in den Keller. Da komm ich her? Nee, wait, what? Nicht wirklich. Ah, vielleicht doch. Aber grafisch macht das schon was her, das Spiel. Holy. Das ist Unity, Mann. Interessant. Ich komm nicht rein. Exit. Exit. Ich hatte Chains, super. Ich hab keine Geld. Okay, warte mal. Ich weiß, ich brauch Geld. 0,913 ist der Code, den ich brauche. What? Wow, was war das? Holy. Wow, dude. What the fuck? Hat sich gerade eben der Field of Sugar-Earth-Cheese. Wow, ob ich das wissen will jetzt. Jetzt sind wir immer mehr. Wow, wow, wow. Oh, okay. Wow. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. It's the starter. Nevers broken. Wow, alles kaputt. Ich brauche doch nur ein bisschen Geld. Irgendwo wieder von der Münze rumliegen, oder? Brauche ich auch noch einen Hebel und Benzin. Nun, bis ich den Code brauche, habe ich ihn vergessen.